glauben? Frau Lunorenz-Titelbach, ob Sie an Zufälle glauben oder nicht, die Frage könnte man umgekehrt auch stellen. Ich darf ein Gegenbeispiel bringen. Mein Bruder ist heute um 11 Uhr zum geschäftsführenden Parteiummann gewählt worden im Kärntner Vorstand und drei Stunden später hat, vollkommen zufällig, wie Sie es selbst auch immer wieder nennen, die Staatsanwaltschaft auf einmal das Verfahren ging eröffnet wegen dem vermeintlichen Krötensager aus dem letzten Jahr. Es gibt anscheinend viele Zufälle in der Justiz. Meine Entscheidung war kein Zufall. Meine Entscheidung war gut überlegt. Ich habe die gestern getroffen als höchstpersönliche Entscheidung, weil es einfach unerträglich geworden ist, wenn man zweieinhalb Jahre vollkommen losgelöst von jeglichen Grenzen, vollkommen losgelöst von irgendwelchen Schranken einfach zum Freiwild erklärt wird. Das habe ich nicht nötig. Ich bin ein gestandener Kärntner freiheitlicher. Ich bin 43 Jahre alt, habe meinen Mann stets gestellt, habe viele schwere Entscheidungen zu treffen gehabt und die heutige war wahrscheinlich meine schwerste, weil ich meine eigene Mannschaft auch davon überzeugen musste, die das eigentlich nicht hinnehmen wollte. Aber ich glaube, es war gut und wichtig, denn es hat jetzt die Chance gegeben, dass wir losgelöst von der Diskussion rund um Uwe Scheuchen eine Wahl gehen werden. Vor diesen Wahlen fürchten wir uns nicht und wir werden als erster durch das Ziel gehen und dann werden die Kernerinnen und Kärntner erkennen, dass die freiheitlich nicht so schlecht sind, wie sie immer gemacht werden und dass vor allen Dingen hinter diesen Personen auch Menschen stehen, Familien stehen und das haben viele ihrer Kollegen und ihrer Zunft in den letzten Jahren verlernt und vergessen. Es gibt da keine Grenzen mehr und deswegen war es einmal wichtig, dass einer ein Signal setzt und mit einem klaren Schritt auch zeigt, es gibt auch für uns Grenzen. Über einen möglichen Wahltermin sprechen wir noch, weil Sie Ihren Bruder angesprochen haben und diesen sogenannten Krötensager. Da geht es konkret darum, dass Ihr Bruder den Richter in ihrem ersten Prozess eine Kröte genannt hat. Frau Lorenz Titelbecher hat nicht in dem Prozess den Richter so genannt. Nein, 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 den Richter in Ihrem Prozess. Er hat ihn wahrscheinlich überhaupt nicht so genannt. Wissen Sie es? Ich weiß es nicht. Ich zeige nur, wie gearbeitet wird. Drei Monate lang weiß man nicht, was man tun soll und er ist nicht zwei Stunden Partei um an und schlupft die Wupp ist eine Anklage. Auch das möchte ich Sie ansprechen. Würden Sie also das Wort Politjustiz in Zusammenhang mit dieser Entscheidung des Gerichts der Staatsanwaltschaft in den Mund nehmen? Nein, würde ich niemals. Es gibt sicherlich keine Politjustiz in diesem Land und es ist sicherlich so, dass die Gerichte ordentlich und vernünftig arbeiten. Die Menschen sollen sich selbst ein Bild davon machen, wie sie arbeiten und ich sage Ihnen, ich vertraue auf die Justiz und genau dieses Vertrauen wird sich am Ende für mich bezahlt machen. Ich werde jetzt vollkommen losgelöst von medialer Berichterstattung, losgelöst von Begleitmusik, von den anderen politischen Parteien, meine Verfahren zu Ende führen. Es wird an den Vorwürfen nichts übrig bleiben. Ich werde hoffentlich auch in Graz eine vernünftige Beurteilung für einen Prozess bekommen, der ja auch schon zweimal eine totale Wende bekommen hat. Sie erinnern sich, morgen vor einem Jahr wurde ich zu 18 Monaten verurteilt von einem Richter. Ein halbes Jahr später am gleichen Gericht werde ich für das Gleiche auf einmal zu sieben Monaten verurteilt und im Urteil, in meinem ersten Instanzienurteil steht drinnen, dass ich damals eigentlich hätte so eine Freispruch bekommen. Das klingt aber nicht danach, als hätten Sie Vertrauen in die Justiz. Doch, ich habe Vertrauen in die Justiz und die Mühlen der Justiz arbeiten hoffentlich ordentlich. Der Instanzenzug ist ganz etwas essentielles, das ist wichtig, das braucht es auch. Das war auch immer mein Grund, warum ich gesagt habe, ich trete nicht zurück, denn jeder Mensch hat das gleiche Recht, auch ein Verfahren abzuhalten und eine zweite Instanz abzuwarten. Jetzt hat das eine Dynamik bekommen in letzten Wochen durch diese Neuwaldiskussionen, die einfach Eigendynamik bekommen haben. Die ÖVP versinkt in einen Korruptionsskandal. Die SPÖ hat in Kärnten eine ganz dicke Anzeige picken, weil man in Wirklichkeit dort über eine Million Euro von der Regierung in das Topteam verschoben hat, eine hundertprozentige SPÖ-Firma. Diese Skandale werden zugedeckt. Dazu wird niemand befragt, aber den Freiheitlichen, die wirklich freiwillig sind, dem kann man halt alles nachsagen. Da darf der Herr Birnbacher, der fünf Jahre lang, fünf Jahre lang die Justiz, die Staatsanwaltschaft, die Medien, die Kärntnerinnen und Kärntner und alle Anklungen hat und jetzt sozusagen auf einmal eine andere Meinung vertritt im Gericht, darf sozusagen Leute anschuldigen. Also wenn der Herr Birnbacher sagt, Sie und der Landesrat Dobernick haben von seinem Beraterhonorar eine halbe Million Euro verlangt, dann lügt der Herr Birnbacher. Das war nicht so und das weiß der Herr Birnbacher sicherlich und das wird die Justiz klären. Frau Lulorenz-Titelbrass, ich habe ein Problem. Sie haben jemanden gegenüber, der lange genug in diesem Geschäft war, dass er sich von Ihnen nicht in irgendwas hineintölpen lässt, dass man vielleicht dann wieder falsch interpretieren könnte. Die Justiz wird das klären. Ich will Sie ja präzisieren eben damit, wie Sie richtig verstehen. Schauen Sie, ich werde das als Privatperson klären. Ich werde meinen Mann stehen. Ich werde all diese Vorwürfe hoffentlich lösen und aufklären können. Und ich werde mir aber in den Spiegel schauen können. Und ich darf Ihnen, weil vielleicht die Zeit, ich weiß ja nicht, wie lange ich Zeit habe, sonst zu knapp wird, ein kleines Beispiel geben.